Mit Vivatmo.me, dem weltweit ersten Phäno-Atemgas-Analysegerät für zu Hause, haben Sie Ihr Asthma erstmals klar im Blick. Dank seines innovativen Systems können es Asthmatiker ganz einfach in den Alltag integrieren. Für die Anwendung benötigen Sie nur die im Set mitgelieferten Inhalte. Das Vivatmo-Messgerät, die sicher verpackten OxyCaps und vier Gerätebatterien. Und so einfach funktioniert's. Legen Sie zuallererst die vier Batterien in das dafür vorgesehene Fach und drücken Sie auf Einschalten. Nach einer kurzen Startphase erscheint auf dem Display die Aufforderung, das Einmal-Mundstück aufzusetzen. Dieses nehmen Sie aus der Verpackung. Lassen Sie es nicht zu lange offen liegen. Entfernen Sie die Schutzkappe und setzen Sie das Mundstück in der richtigen Orientierung auf das Gerät. Passt alles, kommt nun der nächste Schritt. Drücken Sie auf Enter, um die Phase zu starten, in der das Gerät auf die Messung vorbereitet wird. Ist das Gerät startklar, erscheint das Symbol zum Ausatmen. Die Messung kann jetzt erfolgen. Los geht's! Atmen Sie tief und entspannt durch den Mund ein. Setzen Sie das Gerät an und atmen Sie gleichmäßig aus, so als ob Sie eine heiße Tasse Tee sanft abkühlen würden. Bei korrekter Stärke der Ausatmung leuchtet die LED blau und blinkt, wenn die Messzeit vorüber ist. Leuchtet die LED während des Ausatmens gelb, dann pusten Sie zu schwach und müssen die Atemstärke erhöhen. Leuchtet sie rot, müssen Sie etwas schwächer pusten. Sie werden sehr schnell ein Gefühl für die richtige Stärke bekommen. War die Messung nicht erfolgreich, blinkt die LED am Ende der Messzeit rot und die Messung muss wiederholt werden. Mit dem selben Mundstück können Sie innerhalb der nächsten 15 Minuten weitere vier Versuche durchführen. Das Messergebnis wird direkt auf dem Display angezeigt. Über die Zuordnung zu den Ampelfarben haben Sie gleich eine erste Einschätzung Ihres Wertes. Nach der Messung entsorgen Sie das Mundstück ganz einfach im Hausmüll. Als ideale Ergänzung gibt es zu Ihrem Vivatmomie die passende App. Die praktische Tagebuchfunktion dokumentiert das Asthmaverhalten spielerisch und schnell über Bluetooth. Zudem informiert Sie zum Beispiel auch über den aktuellen Pollenflug. Mit der Kalenderübersicht haben Sie den Verlauf Ihrer Phänowerte immer zur Hand, um gemeinsam mit Ihrem Arzt Ihr Asthma noch einfacher in den Griff zu bekommen. Vivatmomie – für ein aktives Leben mit Asthma. Verlauf Schumpf. Verlauf Untertitelung des ZDF, 2020